Willkommen in Holland! So liebe Leute, willkommen auf dem Texel-Schiff. Und zwar jetzt fahren wir hier gerade nach Texel. Die Überfahrt mit der Fähre. 20 Minuten. Auf großen Fuße. Muss jetzt da runter leuchten. So, und hier kann man laufen. So, jetzt gehen wir gerade zum Meer. Ich war hier schön den Weg entlang. Sieht ja aus, als würden wir hier in die Berge gehen gerade. Aber ne, ne. Hier gehen wir jetzt Richtung Meer. Wunderschön hier, dieser Weg. Ganz gemütlich. Da hinten hören wir schon die Rauschen vom Meer. So, liebe Leute. Vor lauter Wetter sorgen, müssen wir halt ja was anständiges mal unternehmen. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt gucken wir uns mal ein paar Kühe an. Wetter ist scheiße. Die sagen, heute soll die Sonne kommen. Aber kommt nix. Also. Also. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR